Wir kommen zu einer weiteren Folge Diablo, wir sind sehr lange nicht da gewesen und umso cooler ist es, neue 2.1 oder 2.0 Packs ist draußen und ich habe ganz vergessen wie man spielt, ganz ehrlich gesagt. Wir müssen glaube ich da rein, mit von der Party ist Asen, nur ohne Mikroauten, sag mal hallo. Hallöchen! Also. Ihr habt die Ballistin, wenn ihr die Ballistin verloren habt, dann ist doch nicht alle Hoffnung verloren. Okay, wir müssen block da rein. Block nicht. Nicht genug Zorn. Noch nicht bereit. Mein Gepäck ist voll. Nee jetzt. Ah. Das hat mir jetzt nicht, dass wir die Dinger dort nicht gemacht haben. War hier ein Portal. Schau mal. Er sagt mich, wo gibt's denn ein Portal? Gibt's hier überhaupt die Karte? Nur Geduld. Nur Geduld. Gehen wir mal mit dort hin schaffen. Noch nicht. Nicht dort hin. Also mehr Regen und mehr Gegner sind hier. Das ist blöd jetzt mit dem Portal. Wo ist überhaupt die Karte? Nur Geduld. Wir haben hier gar keine Karte. Ja, bleibt nichts anderes übrig. Gehen wir. Tun wir nur, wenn wir was Gescheites finden, wegschmeißen. Noch nicht bereit. Die Gelben sind wichtig. Noch nicht. Noch nicht bereit. Nur Geduld. Jetzt. Jetzt, das ist alles. Jetzt schnell. Jetzt. Jetzt, wir haben das Land. Jetzt. Ich kann nicht mehr tragen. ich benötige mehr zorn ich bin überlastet komm mal her und schmeiß mal ein paar Sachen weg touchpad L1 und jetzt gehen wir zum beispiel auf du hast einen stern ist schlecht da kannst du aber jetzt mal die wegschmeißen und zwar dreieck ja gehen wir mal auf Helm dann gehen wir mal auf Handschuhe oder so nebendran gehen wir mal auf Kürtelhosen und so nebendran dann gehen wir mal drauf und jetzt ganz runter schmeiß mal die bisschen blauen weg genau ok das passt mal kannst du raus wir wollen nur gelbe Sachen noch nicht bereit noch nicht bereit mein zorn reicht dafür nicht aus nur geduld ich benötige mehr zorn ich dachte wir haben das hier gemacht auch nicht bereit ich benötige mehr zorn noch nicht nicht genug zorn 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 Ist das besser? Jetzt blick ich gar nichts mehr. Jetzt blick ich gar nichts mehr. Die Waffe ist immer noch viel besser. Warum habe ich die andere drauf gehabt? Oh, jetzt kommen wir zurück. Jetzt gehen wir mal verkaufen jetzt mal. Okay. 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 Zu Geduld. Noch nicht bereit. Noch nicht. Noch nicht bereit. Da gibt es nichts. Dann gehen wir in eine andere Richtung. Noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Und wer? Noch nicht. Naja. Nur Geduld. Noch nicht bereit. Ah, nicht zurück. Na? Na? Lauf nicht bereit. Ah, der geht an. Ah. Nur Geduld. Noch nicht. Noch nicht. Alles hier aufsammeln, was das denn ist. Das ist immer cool. Das ist glaube ich für meinen Patch gemeint. Na. Ich hab auch keine Ahnung. Nur Geduld. Aber gut. Noch nicht. Ach. Nein. Vielleicht. Noch nicht bereit. Und dann? Es geht nicht wichtig. Ich hab auch keine Ahnung. Gäste. Ach. Ich hab auch galt. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Abgeschlachtet! 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 Aufgeschlachtet! Abgeschlachtet! Abgeschlachtet! Noch nicht bereit! Nur Geduld! Noch nicht Ich benötige mehr Zorn Noch nicht bereit Noch nicht, mein Zorn reicht dafür nicht aus Timmel kommen, ich denke Noch nicht bereit Nur Geduld Warum kriegst du eigentlich alles wieder mal? Noch nicht bereit Ging die blöde Karte jetzt Ach da Wo sind wir? Gehen wir erst runter machen wir den unteren Bereich auf Schaut aus wie eine Drogenwelt Noch nicht Schrauben Schrauben Das war's für heute. Hm, nur noch der Bereich. Da nur noch oben. Das war's für heute. 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 Da geht's zurück. Okay.